uncut video der woche diesmal mal aus dem flughafen ich bin jetzt gerade in porto und für mich geht es nach deutschland und da dachte ich mir ich beantworte mal die frage wie ist es für mich zwischen deutschland und portugal zu pendeln wie ist es für mich hier jetzt aus dem wald zu kommen und hier am flughafen zu sein also ich muss erstmal sagen ich bin total sinnes überflutet also für mich ist es alles viel zu viel und ja ich bin jetzt schon seit vier stunden hier ihr seht hier mein computer ich habe jetzt bestimmt drei stunden lang richtig intensiv am computer gearbeitet habe viele mails von euch beantwortet und mein freelancer job erledigt ich schreibe blogbeiträge diesmal waren es acht seiten und ja ich muss sagen ich fühle mich jetzt gerade zum ersten mal wie so eine richtige digital nomad dadurch dass ich hier von meinem computer aus arbeite und auch jetzt gerade zum allerersten mal so in der öffentlichkeit mit einer kamera rede ist das schon alles ein bisschen neu ich weiß auch gar nicht ob ich gerade hinter mir irgendwelche leute filme aber hier im flughafen ist es auf jeden fall erlaubt und ja was ist bei dem fliegen immer bei mir so besonderes fliege auf jeden fall einmal im jahr immer nach deutschland in der regel ist es januar weil bei mir ist ja das ding dass ich ein hund habe und da muss ich immer gucken dass ich eine hundesitter habe das heißt ja jede reise bedarf erstmal jede menge planung und auch meine ganzen projekte ich habe ja holz das gelagert wird und dann muss ich das alles direkt vor regen schützen deswegen muss ich ganz ehrlich sagen ist es schon so ein kleines so ein kleiner stressfaktor immer nach deutschland zu gehen und fühle mich da auch nicht hundertprozentig wohl wenn ihr meine klamotten seht wie dreckig ich bin bei mir in der natur sage ich meistens ganz normal aber ich sehe jetzt schon die blicke der deutschen die kommentare meiner freunde und familie aber das gute ist ich werde dann bei meinen eltern übernachten das ganze zeug kommt erstmal in die wäsche die erste woche verbringe ich bei einem freund und insgesamt bleibe ich zwei wochen in deutschland das heißt auch wenn ihr dieses video jetzt gerade seht bin ich schon in deutschland und muss gucken wie ich das jetzt auch mit dem ganzen content mache ich habe auf jeden fall viel vor gefilmt aber ich muss sagen ich fliege nach deutschland um meine familie zu besuchen und nicht um zu arbeiten deswegen bin ich mal gespannt wie das alles funktionieren soll ich werde jetzt die erste woche auf jeden fall mal arbeiten also physisch auf einer baustelle und das heißt dort werde ich auf gar keinen fall zeit haben irgendwie was zu drehen zu filmen oder oder sonstwas diesmal habe ich wenigstens meine gopro mitgenommen das heißt eventuell aber also durch den vlog aber ich habe mein auto abgefilmt und einige sachen die ihr dann zu sehen bekommt aber ja jetzt nach vier jahren in portugal die ersten eineinhalb jahre bin ich immer mit dem auto gependelt ich weiß noch wo der dieselpreis bei zwei euro lag habe ich 800 euro nur für für sprit bezahlt und jetzt bin ich schon in der ersten manncode das wird ein uncut video das heißt ich schneide hier nichts und ja urlaubszeit wie ihr seht und mittlerweile ist es so bequem für mich ist es immer bahnsteig sage schon plattform nummer 17 das heißt ich gehe hier schon einfach nur mit meinem handgepäck hin dazu muss ich aber auch sagen ich habe zehn kilogramm extra handgepäck dazu gestellt weil normal ist eigentlich nur so eine größe erlaubt das habe ich letztes mal versucht und das ist viel zu wenig platz und ja hier in portugal kontrollieren die nicht so streng ich glaube da drücken die mein auge zu aber ich weiß nur letztes mal bin ich dann von österreich zurück geflogen und die österreicher haben dann da mein gepäck abgemessen und musste ich 30 30 euro zahlen und ja das heißt auch in den zwei wochen wo ich jetzt in deutschland bin muss ich sagen einmal ist es für mich sehr entspannt bei meinen eltern zu sein keine sorge mehr zu haben über meinen hund ob ich genug essen habe und so weiter also das wird jetzt auch eine art urlaub für mich aber nur eine art weil ich werde auch in deutschland arbeiten und jetzt gucke ich nach einem schönen ruhigen platz wo ich mich hinsetzen kann dieses video hier upload was ich gerade drehe aber ich muss sagen so voll wie jetzt war es noch nie die preise hier sind auch ja viel viel teurer wie der standard in portugal aber ich würde sagen immer noch billiger wie in deutschland ich habe einen kaffee vorhin bestellt ein normaler kaffee hier ist eigentlich wie ein espresso aber ich habe dann wollte einen normalen haben americano und dann stand da sogar xl und da habe ich mir einen xl kaffee geholt und das war ein ganz normaler kaffee wie in deutschland aber selbst hier im flughafen nur 1,50 so beim bäcker hier in portugal zahlt man für einen kaffee nur mal 70 cent das heißt da bin ich noch recht froh wenn ich in deutschland land wird dann alles ganz anders da ich glaube da kostet ein kaffee direkt mal 3 euro aber ich freue mich auf jeden fall schon auf eine brezel auf eine schöne butterbrezel das werde ich mir eventuell als erstes kaufen wenn ich da bin und natürlich döner für mich ist deutschland immer noch das döner land nummer eins also bin ich mal gespannt wie ich mir das alles finanziell leisten kann weil ich will jetzt auch nicht all mein geld direkt wieder in deutschland ausgeben bestenfalls komme ich dann doch mit 1-2 euro zurück und ja jetzt fühle ich mich gerade schon extrem beobachtet weil mir fällt gerade auf ich laufe gerade die ganze zeit im kreis aber ja so ist es das ist porto flughafen und bevor ich jetzt hier irgendwelche langweiligen mister zählen beenden wir das genau als kleiner lifehack was ich noch mache ich zeige euch mal eine leere plastikflasche dabei dann kann ich das auffüllen nüsse was viele gar nicht wissen man darf so viel essen mitnehmen wie man will ich könnte hier einen döner mitnehmen wenn ich will mit ins flugzeug rein oder spaghetti bolognese ich sehe hier manchmal inder die kochen hier richtige 10 sterne gänge und was ich auch ganz interessant finde sind die automarkt hier das sind alles so typisch portugiesische produkte beziehungsweise die es hier gibt ruffles und diese mini baguettes und ja hier seht ihr auch ein bisschen die preise vielleicht interessiert es den ein oder anderen aber ja so viel zum update wie es für mich ist immer nach portugal und deutschland zu pendeln und dann sehen wir uns bald wieder hinterlasst gerne ein like ein abo dann erfahrt ihr mehr und dann sehen wir uns bald euer robin